Das erste Kapitel der Bibel enthält eine spezifische Reihenfolge der Schöpfungsereignisse. Der christlichen Urgeschichte zufolge war die Welt am Anfang wüst und leer. Die Nachbildung eines Kupferstiches aus dem 17. Jahrhundert zeigt das anfängliche, allumfassende Chaos aus alchemistischer Sicht. Die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft kämpften ebenso in den Wirren miteinander wie die verschiedenen Winde, Sternbilder und Planeten. Die Darstellung befindet sich auf Puzzlesteinen, die auf der einen Seite schwarz-weiß und auf der anderen koloriert sind. So kann der Besucher der Lernwerkstatt selbst Ordnung im Chaos der Puzzleteile schaffen. Im Anfang schwebte der Geist Gottes über der Urflut. Ein Ögemede aus dem Museum Bautzen, vermutlich von Johannes Wemme aus dem 17. Jahrhundert, zeigt in unserer Ausstellung als Reproduktion eine Darstellung hierzu. Dann brachte Gott in sechs Tagen Ordnung in das Chaos. Im Neuen Testament wird diese Zeitspanne konkretisiert. Ein Tag bei den Menschen entspräche tausend Jahren bei Gott. Die Gebot des Lichts aus der Finsternis bzw. der Ordnung aus dem Chaos wird durch unser Holzmodell anschaulich verdeutlicht. Wenn wir nah an die vordere Öffnung im Modell herangehen und langsam den Deckel nach hinten klappen, können wir aufgrund mehrerer Spiegel die Ausbreitung des Lichtes sehen. In der Mitte der Spiegelflächen sehen wir das Auge als Symbol Gottes. Dieser schuf Kraft seines Wortes aus der Urfinsternis den Tag und schied den Himmel von der Erde. Am dritten Tag hob Gott das Land aus dem Urozean und brachte, wie auf dem Ölgemälde dargestellt, die Pflanzen hervor. Daraufhin kreierte er die Sonne, den Mond und die Sterne. Diesen Prozess demonstriert unser Modell des alttestamentlichen Weltbildes. Im zusammengeschobenen Zustand sind die oberen Wasser aus dem silbern dargestellten Urmeer hervorgehoben. Sie ruhen als Vorratskammern des Wassers auf dem Firmament. Die Windvorratskammern sind an den Außenseiten in Form violetter Flächen zu sehen. Das Himmelsgewölbe stützt sich insgesamt auf die Berge der noch flächig vorgestellten Erde. Im auseinandergezogenen Zustand verdeutlicht das Modell das ordnende Werk des dritten Schöpfungstages. Auf Gottes Geheiß zog sich das Urmeer in den silbern dargestellten unterirdischen Wasservorrat zurück. Aus ihm speisen sich die Ozeane und die Flüsse der freigewordenen Landmassen. Unter dem Wasservorrat wird schwarz die Unterwelt dargestellt. Die Erschaffung der Gestirne am vierten Tag können wir nachvollziehen, wenn wir die Magnete an das Gewölbe anbringen. Am fünften Tag erzeugte Gott die Meeres- und Lufttiere. Am sechsten Tag kommen dann die Tiere des Landes dazu. Und zuletzt formte Gott den Menschen als sein Ebenbild. Dadurch besitzt der Mensch nach der Darstellung der biblischen Schöpfungsgeschichte eine Sonderstellung, die ihn ermächtigt, über die übrige Natur zu herrschen. In der Sophia-Ausstellung befindet sich ein Bild, das die Schöpfung der Säugetiere und des Menschen auf der rechten Seite und die Erschaffung Evas aus Adams Rippe auf der linken Seite zeigt. Den sechs Schöpfungstagen entsprechen die sechs Orgelregister in dem Kupferstich aus Athanasius Kirchers Buch Musorgia Universalis aus dem Jahr 1650. Unsere Ausstellung zeigt eine Nachbildung des Kunstwerkes. Die Orgel im Bild symbolisiert die gesamte Schöpfung. Gott selbst wirkt als Orgelbauer und Organist. Unter der Tastatur steht auf Latein der Spruch »So spielt auf dem Erdkreis die ewige Weisheit Gottes«. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und erklärte diesen Tag für heilig, da er selbst in ihm ruhte. Eine große Tafel in unserer Sophia-Ausstellung zeigt die Abbildung des Gottvaters als Weltenschöpfer aus der Lutherbibel von 1534. Das Schimmel aus Robert Flood 1629 erschienen Werk »Mediziner Katholiker« stellt dieses Sein aus dem Nichts durch die Prinzipien Licht und Finsternis in Gott dar. Der obere Kreis steht sowohl für das göttliche Wollen als auch für das Nichtwollen. Der linke Kreis symbolisiert die reine Möglichkeit, die Potenz. Sie entspricht der ungestalteten Materie. Der rechte Kreis verdeutlicht hingegen den tatsächlichen Akt des Wirken Gottes. Beide Prinzipien sind an der Erschaffung der Welt beteiligt. Dies verbildlicht der mittlere Kreis. In den Halbkreisen unten links und rechts sind die Prinzipien Licht und Finsternis in Form griechischer Götter veranschaulicht. Während Dionysos auf der linken Seite der Zeichnung den Menschen in der Nacht siebenfach zerstückelt, stellt Apollo auf der rechten Seite ihn tagsüber siebenfach wieder her.